Was ist das für euch? Wir haben euch sehr interessante, und ich meine, das ist eines meiner beliebsten Programmen, was ich tue, was heißt A Woche in Jüdischland, was kommt vor ein Sockerloch schon in etlichen Jahren, und wir haben bis 100 Menschen, von 4 Euro. Ich probiere zu verbeten, junge Leute, wir geben sie euch eine Stipendie von Arbeiterinnen genommen von Pesach Fischmann, das Jahr 10 sind in diesem Programm, und es ist sehr, sehr ein heißes Programm, die Menschen kommen noch einmal und noch einmal, man lernt sich Jüdisch, man nimmt Ontel in Theater und Jüdische Lieder, man greift zu speziellen Programmen auf Jüdisch, Kunstwerk mit Jüdischen Elementen, es ist sehr, sehr schön. ZDisch und Ärzte ZDisch Vielen Dank.